Neu! Lash & Brow Booster 2-in-1 von RefectoZiel für längere und dichtere Wimpern und Brauen. Wer kennt es nicht? Kleine Lücken in Brauen und im Wimpernkranz oder Wimpern, die einfach zu kurz sind? Klinische Tests zeigen, nach 4-6 Wochen werden Wimpern bis zu 56% länger und Lücken verschwinden. Dazu einfach den Booster mindestens einmal täglich, vorzugsweise abends, auf Wimpern und Brauen auftragen und nach 4-6 Wochen zeigt sich ein perfektes Wimpern- und Brauenbild. Jetzt testen und selbst überzeugen! Ihr Spiegelbild wird es beweisen!